Ja, ich hoffe, Sie haben sich ein gutes Plätzchen ergattern können in der ersten oder zweiten Reihe, liebe Zuschauer, denn in wenigen Augenblicken geht es hier so richtig ab. Das ausgeflippteste Musical aller Zeiten, das mittlerweile schon ein echter Kultfilm ist, erwartet Sie hier in diesem Kino, die Rocky Horror Picture Show. Alles, was Sie brauchen, sind ein paar Wunderkerzen und eine Handvoll Reis für gute Stimmung. Denn das sind die obligatorischen Mitbringsel, wenn Sie gleich zu Gast auf dem Transsilvanischen Jahreskongress sind. Ja, und damit Sie auch sonst das echte Rocky Horror Picture Feeling genießen können, gibt es das respektlos freche Monster- und Science-Fiction Spektakel bei uns natürlich im amerikanischen Original mit deutschen Untertiteln. Na, wenn das kein Grund zur Freude ist, nur denn volle Deckung, morgen auf und film ab!